Steuerpolitik ist auch immer Standortpolitik. Wenn wir die Länder um uns herum oder auch Amerika sehen, die ihre Steuerbelastungen für die Unternehmen gesenkt haben, ist es notwendig, dass wir auch in Deutschland entsprechende Maßnahmen vornehmen. Die letzte Steuerreform für Unternehmen war vor zehn Jahren und inzwischen haben sich die Steuern sogar für die Unternehmen erhöht durch die Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze in den Kommunen. Deswegen ist es notwendig, dass wir hier die Modernisierung der Unternehmensbesteuerung voranbringen und in einen Dialog treten. Und deswegen wollen wir von der CDU-CSU-Fraktion mit verschiedenen Akteuren Modernisierungsmaßnahmen für die Unternehmensbesteuerung diskutieren und dann auch schrittfrisch umsetzen.